Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute das Schmetzer Automobile Safety-Paket vorstellen. Ganz unter dem Motto, entspannt mobil bleiben. So, wenn ihr ein Auto gekauft habt, muss das Auto natürlich auch zugelassen werden. Und deshalb haben wir hier im Safety-Paket einen Zulassungsservice-Gutschein mit drin. Im Wert von 185 Euro, inklusive eurem Wunschkennzeichen deutschlandweit. Hol- und Bringdienst für ein Jahr bis zu 100 Kilometer Entfernung, wenn ihr Auto in die Werkstatt muss oder sie vom Autohaus oder zum Autohaus gebracht werden müssen. Im Safety-Paket sind auch zwei Mietwagen-Voucher enthalten, entweder für einen Volvo XC40 oder für einen Volvo S oder V60 im Wert von je 49 Euro. Gut, zweimal im Jahr müssen die Räder gewechselt werden, von Sommer auf Winter und von Winter auf Sommer. Wir wechseln nicht nur die Räder, sondern wir ruchten sie auch gleichzeitig und dafür gibt es zwei Gutscheine. So ein Radsatz nimmt viel Platz weg und deswegen müssen die eingelagert werden und dafür ist der Gutschein für die Einlagerung mit bei. Fahrzeughygiene, ganz wichtig, eine Komplettreinigung inklusive Innenreinigung gehört mit zum Paket. Natürlich per Handwäsche. Und für den Fall der Fälle haben wir eine Garantieverlängerung im Wert von 400 Euro mit eingepackt. Einsatzgummifußmatten sollten natürlich auch nicht fehlen, damit der Volvo immer schön sauber bleibt. Für den Schutz des Kofferraums haben wir eine Kofferraumschutzmatte mit reingepackt im Wert von 130 Euro. Von unserem Kooperationspartner Maui Gym gibt es einen Gutschein für eine polarisierende Sonnenbrille im Wert von 350 Euro. Und damit ihr nach der Abholung nicht gleich an die Tankstelle fahren müsst, ist die Erstbetankung im Wert von bis zu 75 Euro drin enthalten. Auf den Kauf eines Winterkomplettradsatzes gibt es einen Nachlass von 200 Euro. Eine Beratung im Wert von 100 Euro bei der öffentlichen Versicherung Braunschweig, Filiale Stefan Herwig, ist ebenfalls drin enthalten, die später bei Vertragsabschluss angerechnet wird. Okay, wir haben euch jetzt die einzelnen Bausteine des Schmetzer Safety-Pakets vorgestellt. Der Gesamtwert beträgt 1815 Euro und der Kaufpreis 699 Euro. Und daher einen Daumen und noch ein zweiter Daumen als Kaufempfehlung.